Also es kommt einem halt mega lang vor, wir sind tatsächlich erst seit zweieinhalb Stunden unterwegs. Das ist halt so im Großen gesehen eigentlich gar nicht mal so viel. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen Xenoblade durchzuspielen, aber wenn, habe ich die Festplatten dafür. Ich glaube, ich brauche nur noch eine, die frei ist und dann können wir einfach... Ach, weißt du, eigentlich ist es mir egal. Also was halt das Kämpfen gegen die Gegner da gerade angeht, das ist mir einfach... I don't care so. Ja, auf jeden Fall, wir können es theoretisch durchspielen. Ich glaube, ich habe die Festplatten, die frei sind, genug. Deutsch reden ist schwierig. Ja, ist halt echt so. McConaughey geht eigentlich relativ... Deswegen, das hatte ich halt auch so im Kopf von wegen, hä? Eigentlich geht das doch relativ schnell so. Oh, cool. Ich hätte einfach die ganzen Dudes schon killen können. Ich habe es nicht getan. Ich nehme das jetzt einfach mal alles an und gucke, was passiert. Ich glaube aber, das ist leider echt viel. Oh, es ist ein Händler. Oh, nice. Okay. Ich meine, hiervon brauchen wir nichts, weil wir eh viel zu stark sind. Aber das hier könnte vielleicht... ...oder auch nicht praktisch werden. Hm. Ach nee, das ist alles für sie. Das ist alles Trash. Das ist alles Trash. Hm. Hm. I don't know. Brauchen wir alles nicht, glaube ich. Also ja, ich kann mir die Mechon-Waffen kaufen, damit ich die Mechon attackieren kann. Aber jetzt sind wir eh fast fertig und daher brauchen wir die jetzt auch nicht mehr. Also das ist halt... Es ist halt jetzt auch egal, so. Die fünf Minuten schaffen wir jetzt auch noch ohne. Ich habe es aber auch im Kopf gehabt. Also ich habe mir schon so gedacht, so, hä, man kann doch auch irgendwie die... die Mechon angreifen, ohne dass man ständig dieses... dieses Monado-Ding da machen muss. Aber ja, jetzt ist, wie gesagt, es ist auch egal. Ich freue mich schon darauf, wenn ich Persona 5 so durchgrinden kann. Einfach sechs Stunden am Tag Persona spielen. Und dann sind wir in zehn Tagen fertig. Vielleicht. 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 Wenn ich jetzt nicht einfach hier in die Mitte hüpfe und dann... ...warte ich da hin. Wäre so schön einfach. Ah. Okay, da kommen wir wahrscheinlich rein, wenn wir die ganzen Dinger machen. Aber was soll's. I don't care. Okay. 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 Ey, Persona 5 Royal auf der Switch 1. Atlus. Wie lange müssen wir noch betteln, damit wir das endlich kriegen? Ah. Sag ich dazu nur. Einfach nur mal einen richtig fetten Seufzer. Ach Gott. Ach nee. Ach komm, wirklich. Oh, dann egal. Los geht's. Ein Kampf. Ein Kampf ist kein Kampf. So. Hauen wir raus. Was soll's. So. Oh fuck you. Du, das war perfekt getroffen, Mann. Oh fuck you. 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 Superb. Not bad. We are at one with the battlefield. Darauf erst mal ein paar Gewürzgurken. Ey, Gewürzgurken sind voll okay. Manchmal so alle, keine Ahnung, ein paar Monate habe ich einfach so einen krassen Gewürzgurkenflash, dass ich einfach so ein ganzes Glas alleine essen könnte. Aber dann habe ich auch erst mal genug so für zwei Jahre oder so. Vielleicht bin ich in der kurzen Zeit immer schwanger und merke es einfach nicht. Oh fuck you. Ah. Oh fuck you. Ah. Take this. Feel flat. Just one leg. One. Superb. Ah. Beat flat. Superb. Senua. Yeah. Oh. Ah. Ah shit, ich muss auch noch Crystal Chronicles durchspielen, fällt mir gerade ein. Aber es ist ja auch schnell gemacht eigentlich. Schau mal, wenn man Gurken mit Nutella isst. Ist das nicht nur ein Gerücht? Essen Leute tatsächlich Gewürzgurken mit Nutella? Das kann nicht schmecken, oder? Kann das schmecken? D-Way, danke für deinen Insight. Ich bin gerade ausgedacht. Es klingt nicht wie ausgedacht. Ich glaube, das habe ich aber schon mal gehört, dass Leute so ein Trash essen, wenn sie schwanger sind. Jetzt ist es richtig. Du musst nicht mehr spielen. Komm, wir können es tun. Geh die Strecke. Geh die Strecke. Geh das. Geh die Strecke. 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 Hier geht es. Ich fühle dich sehr. Aufsicht. Wir beten euch an. Wir sind auf dich. Nein, der ist einfach. Ja. Stattdessen visieren wir den an, der fucking drei Etagen weiter oben steht, ey. Makes no sense, so. Ey, ich hab voll Bock, mir einfach so ein Terrarium zu kaufen und dann das Gottesanbeter innen drin zu halten. Wie fucking crazy das einfach wäre. Äh, okay, jetzt bin ich hier und jetzt. Anscheinend bin ich hier nicht richtig. Ah, okay, ich muss hier lang. Ich hab keine Ahnung warum. Ich hab einfach voll Bock drauf. Ich find das voll cool irgendwie. Das macht keinen Sinn, aber trotzdem. Stellt euch vor, ich werd denen einfach Fliegen geben zu essen und Gewürzgurken und Nutella. Und die werden einfach denken, geil, Alter, was für ein Leben. Okay. 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 Okay, davon müssen wir vier killen. Doch der ewig, Mann. It takes forever. Wir haben nicht mal Gewürzgurken hier. Ich könnte nicht mal eine essen, wenn ich wollen würde. Wir haben legit nur so Gewürzgurkenscheiben, weil wir letztens irgendwie Hotdogs gemacht haben. Und die werden mich nicht erfüllen. Ich kann nicht anfangen, Gewürzgurkenscheiben zu essen. Wahrscheinlich auf die Scheiben noch Nutella drauf schmieren. Und dann noch Röstzwiebeln drauf. Holy shit. Und das dann auf ein Big Mac und den Big Mac auf ein Big King XXL. Shit, Bruder. Look out! It's him! Gado! That's the second time I've sensed an attack without seeing a vision first. Your mastery of the Monado is astonishing. You cannot be permitted to live. Gaddo! Gaddo! Why are you fighting us? Remember who you are! It's no good! He's completely under Egil's control now. Remember what Vanaya told us. I can't believe it. I won't believe it. Gaddo! Please! Answer me! Gaddo! Gaddo! How could this happen to me? I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Bitte nicht anvisieren. Ich habe Monados im Rucksack. So, komm schon. Hau drauf. Okay. Und... Los geht's. Weißt du, hast du zwei Tanks, die einen scheiß tanken die ganze Zeit. Wie kann das sein? How can you lay a hand on Sharla? You're supposed to love her. Marry her even. I don't know or care. It changes nothing. No! You always protected me and Juju. This isn't you. I said I don't know you. I have been granted this body of steel so that Egil's will may be done. This body feels great. Its movement is so precise. We are unstoppable, for we are one. Perfect in body and mind. You don't have to do this. Look at Fiora. She found herself again. Whatever you are, you must still feel pain. Absurd. Well, then finish us off, Sharla and all. We all saw you miss a second ago. Ain't you supposed to be a crack shot? Or did that pile of junk you call a body mess up your aim, eh? Shut your mouth! Stubborn idiot. That was your last chance. He's not giving up. The stories about Gado of Colony 6 are true. Except, he still can't kill her. He's missing Sharla on purpose. Gado. You're just like I was. You can remember who you are. Gado, please! Don't you remember me? It's Sharla! Wither and die as all life on Bionis will! Feel our wrath! Shug. Can you still use the Monado? Fiora? No. You're... Even after losing all living flesh, Ahon's heart will remain. It is still present within this face. Is that true? Yes. It is clear from his actions towards you. The remnants of his heart. Pull him back. Gado. I will break the curse that allows Egil to control the faces. I need you to buy me some time. Okay. We'll try. Rhyne, we've got to help Fiora. Eh? Come on! Right! Let's fucking go! Oh, oh mein Gott! Monado, lend us your power! What is this? Shadow Eyes! Ah! Help me, guys! Now we're gonna do it! The result of this throw is broken! Ah! 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 Ich wünsche dir, die Tanks würden tanken, damit die... Warum greifen... Wo ist... Ah! Ah! Ah, wir sind schon wieder... Dingslocked, ne? Ihr lustigen Menschen, Alter. Ja, passt schon. Was soll's. Hauen wir einfach ein paar Abo-E-Attacken raus. Ist auch schon... Ist schon okay. Okay. Geil, in dem Moment haben sie natürlich in... Dingsverloren. Ah, ne? Es geht noch. Okay, alles super. Cool. Okay, alles... Alles gut. Alles gut. Okay, Bambus-Folks, danke für den Raid. Was geht ab. Ah, wundervoll. Mit nem schönen Combo-Finisher, Mann. Fiora? Was das du, oder? As für ihn, he'll be fine. Don't worry. Gado! Gado! Egeil. Egeil. Egil. Go! Get out of here! Stop them doing what they did to me! To anyone else! Ich versuche, ich werde dir zurück. Until then, stay safe. Lass ihn nicht. Du musst dich furcht. Danke. Nicht sterben mit uns. Nachdem wir Egil nehmen, wir werden dich beobachten. Du bist nicht wie... ein Doktor, die ich gesehen habe. Ich weiß einen guten Doktor, neben mir. Sie ist Makina, doch. Das wird. Ich werde hier sein. Hier. Hey, kid. Was ist Ihr Name? Rein. Doe mich ein Favour, Rein. Take care of Sharla.